Sibirien im Odenwald. Ich habe ja ernsthaft die ganze Zeit noch gehofft, dass die Kälte vielleicht dann uns vorüber geht. Aber leider, leider, leider ist sie jetzt doch gekommen. Aber in ganz Deutschland ist es ja so extrem kalt. Also bei uns hier so spitzenmäßig, minus elf glaube ich. Und es ist einfach, oh, für mich schrecklich. Ich bin jetzt hier gerade mal dabei, die Tränke anzuschauen. Und das sieht man. Also immerhin, Wasser ist flüssig. Es ist ja schon mal viel wert, dass es flüssig ist. Und zwar nicht besonders warm. Und das sieht man auch hier, allein an dieser Eisbildung, sobald was nebendran geht, friert das gnadenlos. Oh, hier habe ich jetzt gerade eine neue Chefbeobachterin da. Alka Tinka verfolgt mich heute schon den ganzen Tag. Und jetzt ist es natürlich hier die besondere Herausforderung, mich jedes Jahr, wenn es so kalt ist, hier abzuäppeln. Aber da könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das macht. Mit Axt und Bickel, mit Presslufthammer. Oder wie äppelt ihr hier so gefrorene Haufen ab? Jetzt habe ich gerade eine, die nicht gefroren war. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ja, jetzt habe ich hier einen entdeckt. Und der ist also wirklich hier knallhart, knallhart gefroren. So, im Stall sieht es eigentlich ein bisschen besser aus, weil hier drin sollte es ja dann ein klein wenig wärmer sein. Es war auch leicht gefroren, aber hier geht es natürlich ohne Probleme. Jetzt miaut es da hinten auch noch. Was ist da heute, wenn Katzen treffen? Wer ist denn da? Wer ist denn da? Ich weiß, wer da ist. Das ist der Moki. Das ist der Moki. Der ist nämlich immer so laut. Der ist immer so laut. Hey, mein Süßer. Komm mal her. Komm mal her. Alles gut. Ja, ich alles gut. Ist alles gut. Ihr könnt ruhig in den Keller gehen. Okay? Ja gut, die müssen natürlich auch Mäuse fangen. Da muss man dann trotzdem raus. Also, ich fange jetzt erst mal an, Stall abzuäppeln. Ich bin jetzt gerade nochmal auf dem Weg nach unten. Da war ich ja auch schon ewig nicht mehr. Weil, was soll man da eigentlich auch? Ich kann nur mal schauen, dass hier unser Wasserfass, das habe ich zwar leer laufen lassen, ja, aber das war nicht ganz leer. Okay. Aber da ist es halt wichtig, dass es also hier am Ventil leer ist, weil das jetzt kaputt geht. Aber das ist okay soweit. Und was ich auch noch gesehen habe von Weiden, dass hier irgendwie unser Roundpin eingestürzt ist. Wahrscheinlich auch durch diesen heftigen Wind, den wir neulich hatten. Und tatsächlich ist da eine Ecke eingebrochen. Und das ist genau die, die ja nicht so besonders rund war. Ja, ist schon merkwürdig ab und zu, was so passieren kann. Also ja, auch die Weide, die ist steinhart gefroren. Wirklich steinhart. Und hier ist das große Chaos. Man muss sich mal schauen, wie ich das wieder richten kann. Also das ist, glaube ich, nicht ganz so einfach. Aber wenn wir jetzt schon hier unten sind, gehe ich mal direkt weiter. Ich habe nämlich auch auf unserer hintersten Weide gesehen, dass wir da jetzt seit dem neuesten mal einen kleinen See haben. Weil das ist ja gleichzeitig hier auch das Rückhaltebecken von der Bach, von dem Bach, der hier fließt. Und falls der dann zu viel Wasser hat, geht es dann bei uns hier so ein Stück auf die Weide. Ich laufe jetzt mal weiter, melde mich gleich. Jetzt sind wir drunter gekommen. Mogli mit dem Jaumiau. Hat es so ungefähr angehört, wie wenn die Polizei mit Blaulicht hinterher fährt. Ah ja, hier haben wir uns unseren See. Zum Schlittschuhlaufen reicht es, glaube ich, nicht. Trotzdem, schon ein bisschen Wasser. So kann man hier sehen. Hier ist komplett die ganze Fläche hier schön fest gefroren. Also es ist so fest, da könnte ich jetzt wirklich fast draufsteigen. Und glatt, richtig glatt. Ja gut, ist vielleicht auch Eis, ne? Hier über die ganze Strecke. Oh, was ist denn los? Wollt ihr mal Schlittschuh fahren? Ja? So, gehen wir mal noch einen Schritt weiter. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch Schlittschuhe habe. Fahrt ihr Schlittschuhe? Ich bin so als Jugendlicher eigentlich mal gefahren. Oder als Kind auch. Ah, war das schon so lange her. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch gekönnt. Wow. Jetzt hätte es mich aber wirklich bei einer gelegt. Ja, und hier sieht man auch Hochwasser. Und jetzt unser kleines Bächlein hat hier schon also richtig Wasser. Das sieht man natürlich jetzt auch wesentlich besser, weil jetzt hier die ganzen Blätter ab sind. Aber hat schon ein bisschen mehr Wasser als sonst, muss man sagen. Ja. Musik 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 Also hier sieht es teilweise schon recht wüst aus. Hinten auch der Baum, den hat es irgendwie komplett zerknickt. Also richtiger Dschungel hier. Davon mal abgesehen Dschungel. Ich war jetzt ja neulich auch mit meiner Näsch im Dschungelcamp. Und da haben wir eine ganz gruselige Dschungelprüfung machen müssen. Schaut mal hier. Musik Und die komplette Prüfung seht ihr natürlich auf TikTok. Obwohl es dann auch nur 15 Sekunden dauert. Die Vorbereitung dafür hat wesentlich länger gedauert, bis ich die ganzen Insekten geschnitzt hatte. Hat aber tierisch viel Spaß gemacht. Musik Was jetzt auch wieder sehr aktuell ist, sind natürlich hier die ganzen Badewannen. die jetzt bei den ganzen hier auf dem Stall an einfrieren. Ich sehe das dann immer an meinen Videos, dass sobald es Frost gibt, dann die frostfreie Badewanne das Video also von Klicks steigt. Aber hier sieht man auch. Also richtig dick und fett gefroren. Ich glaube das würde ich so ohne weiteres überhaupt nicht mehr aufbekommen. Also wie gesagt, absolut aktuelles Thema. Ich verlinke euch hier oben auch nochmal die frostfreie Badewanne Variante, wie wir sie früher am Offenstall hatten. Die dann auch so bis minus, würde man sagen, minus 8 Grad ungefähr ohne Probleme ausgehalten hat. Momentan ist es bei uns ausreitechnisch auch nicht ganz so einfach. Ja, siehst du, da falle ich über dich. Katzen überall. Ja, aber da falle ich über dich. Du kannst nicht, wenn ich laufe, einfach so um die Beine rumgehen. Das geht nicht. Und weiter muggli. Nochmal. Ausreitechnisch ist bei uns momentan auch sehr schwierig. Weil wir wirklich teilweise so, ja, richtig gefrorene Eisplatten haben, die über den Weg gehen. Teilweise dann auch noch in die Wiese ran. Und das Ganze am Berg ist dann wirklich nicht ganz so ohne. Wie ist das bei euch? Erzählt mal. Habt ihr vielleicht auch Speiks drauf? Weil wir können auf unsere Hufschuhe können wir auch Speiks machen. Oder Vitjas. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, wie ihr das handhabt. Oh, das war's schon wieder. Mein kleines Eisvideo. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Mich würde es tierisch freuen. Für einen Daumen nach oben. Und was mich noch viel mehr freuen würde, wäre natürlich, wenn ihr hier meinen kleinen Kanal auf YouTube abonniert. Vielleicht alle, alle, alle Leute, denen es momentan auch so kalt ist, dazu einladen. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.